Es war in Liverpool. Da wurde diese Gruppe gegründet. Sie war eine der ersten Gruppen, die damals den sogenannten Mercy Beat spielten. Swinging... Sind das die Swinging Blue Jeans? Die sind's. Genau, die sind's. Ja, die hab ich auch mal gehört. Und das ist unser Platz 20 und die haben wir heute Abend hier. Da freu ich mich sehr. Swinging Blue Jeans. Hippie Hippie Shake. Well, I got the shake. I got the hippie Hippie Shake. I can't sit still. Where's the hippie Hippie Shake? Ooh, get my feel now. Where's the hippie Hippie Shake? Well, it's in the back. Hippie Hippie Shake. Woo! You shake it to the left. You shake it to the right. You do the hippie Shake Shake with all of your mind. Oh baby, oh, you gotta shake. Well, it's in the back. Woooh! Hippie Hippie Shake. Woooh! 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 Musik 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 Swing in blue jeans Danke schön Ja Ja So Das war so der erste Titel, bei dem man so richtig Headbanging machen konnte, ne? Zugabe! Ja, das war auch einer der ersten Lieder, die ich so damals gehört habe, bevor ich so meine Liebe zu dieser Musik Merchiebeats entdeckte. Zugabe, ja, das wäre schön, aber... Die Jungs müssen zurück ins Heim. So, Dieter, du bist ja an sich bekannt als Vertreter, Verfechter des deutschen Schlagers, hat aber nichts damit zu tun, dass du wahrscheinlich auch internationale Oldies magst. Ja, die musst du vor allem gehört haben. Welches ist dein Lieblings-Oldie? Außer jetzt.